Komm her, da putzi putzi buu! Ja! Okay, wir haben es geschafft. Ich muss gucken, dass ich Stimpax und Sarsaparilla immer jetzt nachkauf. Falls ich mal nicht genug hab, weil ich verbrauche das jetzt. Ich werde das schnell verbrauchen. Das bringt mir 25 Sekunden lang immer zwei Trefferpunkte. Gut. Speichern wir und lassen langsam das füllen. Ja, schreib mir nicht es an. Ich speichere, wie gesagt, sehr gerne, sehr oft. Denn wir wollen den Kampf jetzt ja nicht noch mal machen müssen. Für euch als Zuschauer ist es ja richtig behämmert. Weil ihr hier einfach nur zugucken könnt und nicht irgendwie noch agieren könnt. Mitmachen. So von wegen, ja, drück lieber mal die Hand drück mal schießen anstatt springen. Oder so. Was glaubt ihr ist da hinten versteckt? Wie? Hey. Jetzt fang ich aber gleich das Lachen an. Wann kann man denn nicht über Berge drüber klettern? Hier ist... Ich bleibe voll gespuckt. Hier ist einfach zu! Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich raste aus. Ey, das ist doch... Das ist doch... Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal! Ich esse schnell den anderen Kack, den ich noch hab. Ne, ich muss das mal... Ich muss das mal... Ding. Mal kochen! Brauchen Feuer! Wir schauen mal, was es da für Tiere noch gibt. Aber wahrscheinlich hat es da jetzt direkt drei Skorpione, die mir in den Arsch stechen wollen. Schauen wir mal. Oh oh. Halt sich nicht gut an. Hallo! Ich bin da mal weg! Ich bin da mal weg! De... Ah! Ja, das nehm ich mit. Während mich schlicht einer. You can hit me! This is custom cool, maybe. Ah, ich bin verkrippelt! Shit! Hab ich ganz vergessen. Ich bin crippled, Leute. Wisst ihr, wie schlecht es ist? Kann man ja bitte nicht schnell rennen. That's bad. Bin sie weg? Hallo? Ja! Lauft! Wir flüchten, die Schisshasen. Oh oh. Kommt da, Leute? Der eine kommt da, oder? Nein? Die rennen weg. Ich drehe mich um. Hinter mir ist ein Heilfuck. Ähm, ja. Ich muss so eine Arzttasche nehmen, dass ich wieder repariert bin. Dass meine Krüppelung... Ah, oder schlafen. Da ist doch ein Bett. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da weiß ich doch schon was. Der Hardcore-Modus gefällt mir. Das mit dem... Man muss jetzt richtig gucken. Eigentlich wäre ich jetzt hier in das Bettchen gegangen und bin sofort voll. Alles ist cool. Aber wahrscheinlich ist noch nicht mal die Krüppelung weg. Das sehen wir jetzt aber gleich. Stimme ist noch da. Sehr gut. Ab ins Bett. Wie viel, ähm, Erfahrung habe ich für den einen... Habe ich 55 für jeweils einen Skrappeln bekommen? Sack viel. Oh! Er ist mir nachgelaufen! Kann ich wenigstens rennen? Nein, kann ich nicht. Äh. Mami, Mami, Hilfe! Hilfe! Gewegt! Ich will dich nicht halten! Bitte! Nein, nein! Der Freund ist noch mehr Gegner! Aber keine Riesenskampion. Sondern kleine Wölfchen. Wuhu! Ja! Kämpft! Ja! Ja! Sterbt! Ja! Oh! Oh! Ich bin nicht da. Ich kacke hinter den Stein. Nein! Gefahr? Immer noch in Gefahr? Glaube ich nicht. Was ist mit dem? Unterzug! Habt ihr es gesehen? Oh Gott, Leute. Ich weiß schon, was die Thumbnail davon wird. Hier von der Folge. Nein! Oh! Mein Tod! Wird die Thumbnail. Schade, der ist gerade so gecrippelt gelaufen. Habt ihr das gesehen? Sag mal, er lässt mich nicht in Ruhe! So ist es gar nicht so übel zu spielen. Also in solchen Momenten. In solchen Laufmomenten. Da sieht man so ein bisschen den Knilch. Wie er humpelt. Ah! Ah! Aua! Aua! Ist cool! Kannst du endlich mal weggehen! Verkackter Skorpion! Was ist denn das da oben jetzt? Ähm. Einschussflinte. Weißt du! Um einen Schüssel zu machen! Äh. Ah, nein, nein, nein. Wofi. Wofi, ob ich den von hier treffe. Wofi! Von hier treffe. Wer von hier nicht trifft, der ist... Oh, ich hab aber getroffen. Ich hab aber getroffen. Komm her! Ja, Puzzi, Puzzi, Puuu! So. Mariotenfell. Kann ich mich jetzt endlich teleportieren? Solange man nämlich im Bereich... Bei Feinden ist... Bei Feinden, ja. Ich bin gerne bei Freunden und bei Feinden. Solange kann man sich nicht teleportieren. Die Fertigkeit Dietrich dient zum Öffnen verschlossener Türen und Behälter. Na gut. Okay, das ist echt schwierig. Ich muss jetzt voll gucken, dass ich immer Essen und so ein Kack da... Was ist da vorne? Was? Da rennt weg, was! Habt ihr das gesehen? Was fand das? Ah, erstmal was trinken. Ich will nicht trinken, Sam. Sie leiden nicht länger unter Dehydration. Äh, ab wann kommen die da? Ab 200 dann direkt, oder wie? So. Jawohl, noch einmal trinken. Komm, ich trinke auch Ware, der Ehe. Mhm. Okay, gut. Wenn man so Wasser sieht, muss man direkt selbst was trinken. Ja, ich bin gekrüppelt. Ich muss echt so eine Arzttasche nehmen. Aber ich nehme keine Arzttasche. Ich bin... Hallo? Pündemon? Okay. Gucken wir mal, was er da macht. Aber wir speichern kurz. Ihr könnt mich jetzt immer auslachen. Ja, ja, Killer. Jetzt sagt er bestimmt gleich speichern. Dann ist so ein Trinkspiel. Dann könnt ihr trinken, wenn ich speichere. Dann seid ihr nach einer Folge wahrscheinlich tot. Barton Thorne. Hallo, können Sie mir helfen? Stimmt was nicht? Mein Mädchen ist da oben auf der Anhöhe von Geckos umzingelt. Und ich komme nicht zu ihr. Bitte, sie wird noch sterben. Wo ist sie? Du hast zwar eben gehört auf Anhöhe, aber ich hab's nicht gehört. Folgen Sie dem Weg vorbei am kaputten Funkturm. Und gehen Sie nach rechts. Sie finden sie am Ende des Pfades. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte beeilen Sie sich. Nein. Ich lass mir Zeit. Lieber. Aber erst muss ich was kochen. Äh, Heilpulver. Klick, klick. Ich kann nur Heilpulver machen. Oh, warum kann ich nicht Kojoten, äh, Schaschlik? Hasch, Haschel? Mit K. Hundesteak? Okay. Kojoten-Steak. Kojoten-Fleisch 5 von 1. Wie bitte? Achso, ich brauch überleben. Äh, 50. Äh, aber das ist jetzt voll wichtig, ne? Jetzt, wo ich diesen Penis-Modus spiele. Das wird mir jetzt erst, das wird mir jetzt erst bewusst. Ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Mensch! Hab ich den jetzt auch drin, die in der... Aber wo lang muss ich? Kaputter Funkturm. Erzähl mir bitte nochmal kurz, wo ich nicht muss. Beeilen Sie sich bitte. Sie ist auf der Anhöhe hinter... Auf Wiedersehen. Was für ein kaputter Funkturm. Da! Ich seh ihn schon. Ist gut. Bleib stehen. Ich nehm noch meine ultimative Waffe mit. Den Schlagstock des Grauens. Killers Knüppel. So. Also, da ist ja nochmal ein Feuer. Vielleicht kann ich ja was braten. Ne, Quatsch. Ich muss überleben dann. Voll hoch schniedeln, aber hart. Krass. Ich hab's doch extra aufgeschrieben. Kippe raus. Kinefett beim Fressen. Klotzen nur von Ohr arbeiten. Hallo? Ja. Sachen. Sehr gut. Wie? Aber die kann ich mitnehmen. Ah ja, ich dachte kurz, ich wäre überfettet, aber nein. Halt, stopp! Junge Gekko. Du wirst dort Klage gleich. Mach dich bereit. You gonna die, Gekko. You gonna die. Ey, krass. Warum hab ich nie in den Modus gespielt? Das ist ultra cool, weil man muss jetzt auch voll... Ich überlege, mir wird gerade alles bewusst. Ich muss das ganze Geld einsetzen, um wirklich auch mir Zeug zu kaufen, dass ich nicht verreck. You may. Und ich kann auch jetzt nicht einfach in den Kampf rennen und mich dann anhalten und mir schnell alles reinstopfen, weil ich hab keine Instant-Heilung mehr. Ich muss echt immer bedacht vorgehen. Oh Gott, cool, ich muss denken. Ich studiere ja. Also, ich muss echt nicht oft denken. Deswegen kann ich jetzt einfach hier voll rein. Ist da oben was? Wisst ihr, mein Kopf kommt nicht auf zum Einsatz. Wo sind sie denn? Geckos, wo seid ihr? Ja, komm mal hier, ja, 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 ja. Bam. Bam, 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 bam. Tja, junge Gecko. Junkie, okay. Amerikaner sagen. Oh, zu fett? Schade. Sorry, Kleiner, du bist zu fett. Äh. Oh, mich ist dabei. Weg damit. Weg damit. Na, nehm ich jetzt lieber Stimpaks, weil später kann ich mir dann das Zeug zusammenmischen. Wer ist denn da oben? Da ist doch irgendwo einer versteckt. Hinter dem Stein da. Genau hier. Den schlag ich jetzt mit Ding tot. Komm her. Ja, wo ist er, mein kleiner Freund? Hä, wo ist er? Hä? Ah, da. Stirb. Batsch! Boah, wie er ausgeholt hat. Äh. Man, das ist voll crazy, Mann. He ist fucking crazy. He ist loko. Okay. He ist loko verrückt. Ich weiß es nicht. Aber es hört sich so verrückt an. Was ist das? Äh. Gut. Schluss geht's. So, nicht gereicht. So. Immer noch nicht gereicht. Zuckerbomben Stopfe ich mir rein Ich stopfe mir alles rein So Da oben sind nochmal drei Oder vielleicht sogar vier War der eine rote Punkt War der in den anderen In den roten Punkten Und her Oh Da kommt dabei ein ganzer Schwarm Bam Erstmal daneben geschlagen Weil ich es drauf hab Ein Level ab Bam Hab ich den jungen Gekko vor mir Totgeschlagen Obwohl ich ihn gar nicht Markiert hatte Ihr wisst schon Komm Level ab Auf Jawohl Überleben Sofort hochschnieden Okay Wo ist Überleben Da unten Ich mach's erstmal auf 20 Wissenschaft noch eins hoch Waffenlos Ich werd nie waffenlos kämpfen Nie Sprengstoff lass ich erstmal so Sprache auf 40 ist immer gut Schusswaffen Schusswaffen muss ich eigentlich gucken Weil ich auch oft schieß Ja Auf 15 Schleichen brauch ich nicht Reparieren Auch nicht Nahkampfwaffen Das ist wichtig Nahkampfwaffen Medizin Die Fertigkeit Medizin bestimmt Wie viele Treffepunkte Sie durch das Impact zurück Halten So wie die Effekte Okay Feilschen Ah Feilschen Höher zu gehen Ist auch nicht schlecht Ich glaub da geh ich sogar Eher noch bei Bei Schuss Ne Ne Schusswaffen sind wichtig Jo Eingefäschter Junggeselle Haben wir ja schon Heller Kopf Intensives Training Ladykiller Langzeitgedächtnis Gebildet Erhalten sie bei jedem Schulwammenstieg 3 zusätzliche Fertigkeitspunkte Diese Exe sollte am besten Möglichst früh verwendet werden Um es so effektiv wie möglich zu nutzen Ja klar Ich nehm das jetzt sofort Kannibale Sie erhalten im Schleichmodus Die Möglichkeit eine Leiche zu essen Um Gesundheit zurück zu gewinnen Das ist dann auf jeden Fall Das nächste was wir machen Auf jeden Fall Weil jetzt in dem Modus Für eventuelle Beobachter Ist dies ein Verbrechen Gegen die Natur Das macht nichts Mit dem extra Verständnis Erhalten sie den doppelten Bonus Durch Magazin Und einen zusätzlichen Punkt Durch Fertigkeitsbücher Das ist auch nicht schlecht Das machen wir dann Wir machen auf jeden Fall Ähm Gebildet Kannibale Und Verständnis Also erstmal gebildet Was geht's Juhu Also ich bin nach wie vor zu fett Nach wie vor etwas zu dick Ähm Ödland Omelett Her damit Das sind die ganzen Dinge Die ich hier durchgehend finde Ich hab kein Reparaturwurst gelesen Was ist denn Bier los Nudeln Ich guck dass ich direkt alles fertige esse Genau Leguan am Spießen Der ganze Kack Heilpulver hab ich vorhin gemacht Und die ist auch naschen Informatik intim Gekillte 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 Schrecke Gekillte Schrecke Sehr gut Sehr gut Gegengift Gekillte Fleisch Frische Mais Ähm Frische Bier Ne Hier Fleisch und Bohnen So Und ihr habt Ich weiß ich bin jetzt immer noch Neuen drüber Aber weil Die Stärke anscheinend auch Durch irgendwas gefallen ist Ich hab jetzt nicht genau geguckt Ist gleich wieder cool So Mä Kiste Moment mal Irgendwie ist Also theoretisch müsste sie ja hier gleich rumliegen Die alt Weil die vier Vier oder fünf kleinen Viecher Die haben sie bestimmt tot gebissen Mal da Ich geh da gleich hoch Oh Holy shit Sie sind verkribbelt Oh ich glaub der Alter Verwalter Hat sie überlebt? Ich glaub ihr geht's nicht gut Wie ich hier rumstehe Was ist los? Moment Welche Ah ich kann doch hier bestimmt auch sehen Welche Effekte mich gerade verschniedeln Stärke Warum? Naja Ah das war das ne? Hier Ähm Naja scheiß drauf Ah guck mal da Kühlschrank Den will ich haben Den möchte ich leer räumen bitte Komm Irgendeine Bärenfalle Bärenfalle entschärfen Zack Sollte man mich abonnieren Ja Sollte man mich favorisieren Ja Daumen hoch geben Ja Ja Sehr gut Euge Ja Ich bin Euge